Man hat klar gewonnen nach dem Resultat, aber wenn man das Spiel gesehen hat, ist es trotzdem nicht so klar gewesen. Ich würde sagen, zwei Drittel sind recht ausgleichen. Wie siehst du auch das Spiel? Ja, also vom ganzen Spiel her ist klar. Also beide Mannschaften haben viel Schicksal vor. Und vom ersten Drittel her haben Klark viel zu viel Eis gegeben. Haben wir ja gesehen, ist in vielen Schicksal vor viel Platz gegeben. Wir haben ihnen viel Platz gegeben. Und nachher die anderen beiden haben die Strategie geändert und hat sich das gewässert. Trotzdem, wir haben viele Chancen auch zugelassen. Wohl ich hatte heute eine Menge Big Safe. Und ich glaube, wer hat die grossen Anteile am Sieg von? Ja, er hat einen sehr grossen Anteil. Er hat einen sehr grossen Anteil. Der Mann hat sich nicht viel Schliess bekommen. Ich habe einen Dank für Siebel. Der Siebel spielt immer konzentriert. Aber es sind noch easy viele. Wir müssen in wenigen Schillern voll schiessen. Das kann dir mal passieren, wenn man das Goal bekommt. Ok, Gratulation zum Sieg und gute Haifahrt. Danke. Vielen Glückwunsch. Keine Ahnung.